Die Firmen-ABC-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Der gourmetheurige Edelbauer lädt zum Essen, Trinken und Naturerleben ein. In der urigen Bauernschenke in St. Anna am Eigen verwöhnt man die Gäste mit feinster steirischer Küche. Im umgebauten Stall mit herrlichem Panorama können sie authentische Gerichte der saisonal angepassten Speisekarte verkosten. Während sowohl Brot als auch Teigwaren nach alten Rezepten und mit größter Sorgfalt hergestellt werden, zieht man im hauseigenen Garten viele Gemüsesorten selbst. Auf Bestellung zaubert Ihnen der erfahrene Koch auch gerne mehrgängige Menüs mit passender Wein- und Saftbegleitung. Zudem stehen Ihnen die Experten für Kochkurse zur Verfügung. Die großzügigen Räumlichkeiten sind barrierefrei und laden samt Terrasse mit großartiger Aussicht zum Verweilen und Genießen ein. Ausreichend Parkplätze machen das kinderfreundliche Lokal zu einer Top-Empfehlung der Branche. Gourmetheuriger Edelbauer – Genuss, Natur und Lebensfreude. Der Sicherheitsgericht Höасst um dominion Rätseler Der Sicherheitsgericht der Gericht unsperr Jiang Dögergerad Döger! Er, nicht mehr tourne,